Gute Morgen. Gute Mittag. Ach, ich lass es wieder. Okay. Wie, wie hab ich jetzt immer angefangen, Paske? Hm, gute Frage, wie hab ich denn angefangen? Ich weiß nicht mehr. Also, guten Tag wünsch ich... Nee, so war es ganz sicher nicht. So war es nicht. Paske? Bist du behindert? Bist du behindert oder so? Wartet mal, ich überlege gerade noch. Wie hab ich denn immer angefangen? Wir machen kurz einen Cut, bis ich es wieder weiß. Natürlich weiß ich es. Jungs, ich verarsche euch das nur. Servus, liebe Leute. Heute mal wieder Update-Informationen. Es gibt ja den Baby-Dragon in Clash of Clans neuerdings und man hat aufgrund eines Bildes gesehen, dass der Tunnelgräber zu 99% kommen wird. Und deshalb sage ich es euch jetzt einen Tag davor, dass der Tunnelgräber morgen erscheinen wird. Ich verspreche es euch eigentlich schon, wenn ich flambe mich richtig in den Kommentaren. Aber ich bin da nur ein Kack-Noob, also flambe mich nicht zu arg. Ich kann es verstehen. Aber ansonsten, hier habt ihr die Information, Tunnelgräber wird morgen auf jeden Fall erscheinen. Nein, ich sage das jetzt einfach mal. Zu 100% sage ich das jetzt mal. Wenn nicht, dann nehme ich das wieder runter. Dann weiß ich nicht. Dann überlegt euch was, was ich machen soll. Dann gibt es eine kleine Bestrafung für mich. Verlose ich einfach was Schönes oder sowas in die Richtung. Aber es ist sehr wahrscheinlich, denn die Kaserne sah schon so aus mit der Schaufel vom Tunnelgräber und Clash Royale und Clash of Clans, das Supercell. Und die nehmen ja natürlich untereinander Truppen hin und her. Das ist ja klar. Wenn die gut ankommen, wenn die gut laufen, ist kein Problem, was da zu erkennen ist, warum sie das nicht nehmen sollten. Aber das ist auf jeden Fall die Update-Idee für heute und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und wenn euch Update-Ideen gefallen zu Clash of Clans, Clash Royale, was weiß ich, was für Update-Ideen, Update-Informationen. Sorry, dann ist das nur eine Idee hier. Ne, wenn euch sowas gefällt, lasst gerne ein Abo da und abonniert diesen scheiß Kanal. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden und wisst ihr was scheiße ist. Bis zum nächsten Mal.